Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich habe letztens beim Daniel von Costum Hooker eine sehr, sehr interessante Video-Idee gesehen, habe ihn auch gleich gefragt, ob das okay ist, wenn ich da auch mal meinen Senf dazu gebe und er hat gesagt, yes, gar kein Problem. Deswegen kommen heute meine Empfehlungen an Shisha-Zubehör. Ja, Leute, das ist auch eine relativ lange Liste. Deswegen würde ich sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, wir hüpfen direkt rein. Nur eine kleine Anmerkung, sei auf jeden Fall kurz gesagt. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir sehr, sehr gerne ein Abo da. Nur ungefähr ein Drittel der Leute, die diese Videos hier gucken, lassen auch ein Abo da. Also wenn ihr dem Channel und mir ein klein bisschen weiterhelfen wollt, sehr, sehr gerne ein Abo da lassen. Aber wir kommen auch direkt zu unserem ersten Punkt und das ist ein Klassiker. Ja, klar, was sollte man da haben, wenn man Shisha rauchen möchte? Auf jeden Fall einen Schlauch. Meine Wahl fällt auf jeden Fall immer auf matte Silikonschläuche. Ich finde die einfach mit Abstand am schönsten. Meine meistgenutzte Farbe auf jeden Fall schwarz, dann gefolgt von weiß, aber natürlich auch für verschiedene Collar-Setups. Wenn du irgendwie eine rote Rauchsäule auf der Mustache mit einer roten Bowl und einem roten Kopf, dann braucht man natürlich auch einen roten Schlauch, das ist ganz klar. Ja, deswegen für mich auf jeden Fall immer notwendig, ein paar verschiedene Schläuche daheim zu haben. Und was hängt natürlich am Ende vom Schlauch? Ein Wunstück, klar. Gibt es auch ganz verschiedene. Ich habe natürlich auch nochmal alle Links unten in die Videobeschreibung gepackt. Das sind jetzt Links zu Amazon, das sind Defiliate-Links. Wenn ihr da drauf drückt, kriege ich eine kleine Provision ab. Aber Leute, meine Empfehlung, guckt auf jeden Fall auch nochmal in verschiedenen Online-Shops. Googelt da einfach und da werdet ihr bestimmt sehr, sehr schnell ein Modell finden, was euch sehr gut gefällt und was vielleicht auch noch günstiger ist, als das, was es so auf Amazon gibt. Aber ja, einen Schlauch muss man natürlich auch ein Mundstück dran packen, ansonsten relativ unnice. Neben Alu-Mundstücken und Edelstahl-Mundstücken gibt es auch noch Glasmundstücke. Ich habe euch unten mal zwei Links reingepackt. Einmal zu einem Alu-Mundstück, das ich euch auf Amazon empfehlen würde und einem Glasmundstück, das ich euch auf Amazon empfehlen würde. Am anderen Ende vom Schlauch haben wir auch noch eine Kleinigkeit, die relativ wichtig ist, die man oft nicht hat, die aber sehr, sehr nervig sein kann, wenn man sie nicht hat. Und zwar eine kleine Knickschutzfeder, die einfach über das Ende von einem Schlauch gesteckt wird und dann einfach verhindert, dass der Schlauch abknickt. Gerade bei Pfeifen, die einen relativ steilen Ausgang haben am Schlauchanschluss, kann das relativ häufig passieren, wenn man keinen massiven Schlauch hat. Es gibt ja relativ dünne und auch dicke Schläuche. Wenn man einen relativ dünnen hat, der leicht knickt, kann das eben sehr, sehr einfach passieren, dass einem der Schlauch abknickt, dann ist der Durchzug direkt futsch und deswegen für mich sehr, sehr wichtig, an solchen Pfeifen auf jeden Fall eine Knickschutzfeder zu haben. Was man beider Meinung nach auch immer daheim haben sollte, sind auf jeden Fall ein Pack von Plastikhygienemundstücken. Vielleicht geht es euch mal nicht so gut und ihr wollt trotzdem mit Freunden rauchen. Vielleicht fühlt ihr euch nicht ganz so gut und wisst nicht, ob ihr euch jetzt vielleicht erkältet. Dann einfach ein kleines Plastikhygienemundstück oben drüber oder ein Premiumhygienemundstück zum Beispiel von Maus. Und Leute, denkt dran, wenn ihr bei Maus bestellt, Code SWG10, spart euch da auch nochmal 10%. Sind einfach sehr, sehr nice, auch wenn man in Shisha-Bars geht, diese Premiumhygienemundstücke. Da fallen direkt die Dilaras reihenweise um, wenn man mit dem Teil in die Shisha-Bar reinkommt. Und ein weiteres Zubehörteil, das bei mir auf jeden Fall nicht fehlen darf, sind diese Aufsteck-Molasse-Fänger. Leute, fast immer, wenn ich Darkseid rauche, ihr wisst das Leute, Darkseid ist unglaublich voll. Fast immer, wenn ich Darkseid rauche, nehme ich diese Aufsteck-Molasse-Fänger. Ihr könnt natürlich auch Glas-Molasse-Fänger oder sowas nehmen. Ich finde, die zerstören immer das Bild von der Pfeife. Auf manche Pfeifen passen die nicht drauf. Deswegen meine Empfehlung auf jeden Fall hier diese Aufsteck-Molasse-Fänger. Die passen auf jede Pfeife, wo eine ganz normale Kopfdichtung und auch ein ganz normaler Kopf drauf passt. Jetzt kommen wir doch mal zu ein paar Reinigungsgegenständen. Zum Beispiel einer Bürste, Leute. Ich habe zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr eure Bowl perfekt sauber bekommt. Sogar eine Kombination aus drei, könnte man sagen. Das sind einmal Reinigungskugeln, die sehen aus wie kleine Softair-Kügelchen aus Edelstahl. Die kippt man einfach in die Bowl, ein bisschen Spülwasser dazu, schüttelt ordentlich durch, dann ist die Blitze blank. Außerdem noch eine Bürste zum Bowl sauber machen. Oder wer auch noch geschmacklos werden will, der packt noch die Cookie Dent-Tabletten unten aus der Beschreibung. Über Nacht einfach in lauwarmes Wasser in die Bowl. Lässt das einfach gerade eine Nacht stehen. Spült am nächsten Tag gut durch und ich schwöre euch, eure Bowl riecht 1A. Ich rauche zum Beispiel gerade ein sehr, sehr gutes Beispiel für unsere nächsten zwei Artikel, die auf meiner Zubehörliste nicht fehlen dürfen. Das hier ist die Amazon Hooker Pride. Ich rauche übrigens gerade mit der Oblaco Killer Bowl, dem Calout Lotus 1 plus Nieris obendrauf. Und Leute, ihr wisst das, was läuft bei mir in dieser Pfeife? Richtig, ein Black Nana. Das nächste Zubehörteil, das auf meiner Liste steht, sind Aufsteckdiffusoren. Bei der Amazon zum Beispiel ist unten kein Gewinne. Das heißt, ich könnte keinen Diffusor draufschrauben. Und manchmal beim Film gucken, vielleicht will ich jetzt doch unbedingt die Amazon rauchen, aber beim Film gucken wäre es relativ nervig, wenn die jetzt mega laut blubbert. Deswegen wäre da meine Empfehlung, auch wenn sie nicht so schön sind, ein Aufsteckdiffusor. Es gibt sie aus Edelstahl, da müsst ihr ja jetzt gucken, ob die Breite passt oder aus Silikon. Die sehen zwar nicht so nice aus, aber die passen so gut wie auf jedes Tauchrohr. Die nächsten Parts, die auf jeden Fall nicht fehlen dürfen meiner Meinung nach, sind Kohlekörbe, Leute. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr so ein Kohlekorb das Leben bereichert. Sei es nicht die Kohle auf dem Teller ablegen, sodass euer Kohleteller irgendwann scheiße aussieht. Oder gerade bei Steckpfeifen irgendwie noch den Kohleteller runternehmen, damit zum Anzünder laufen und dann zurückzubalancieren. Oder das Ganze auf dem Kopf rumtragen, also mit Kopf und Sieb oder sowas, direkt zum Anzünder, da die Kohle drauf und wieder zurück. Leute, früher oder später, es passiert eine dumme Kleinigkeit. Ihr stolpert ein kleines bisschen, das Ding ist ein kleines bisschen schief, ihr kommt ganz leicht dran und zack, die Kohle liegt auf dem Laminat und eure Eltern drehen euch den Kopf um. Deswegen, Leute, die Dinger kosten echt nicht viel und ich sage euch eins, die bereichern euer Rauchvergnügen auf jeden Fall. Passend dazu natürlich noch eine gute Kohlezange und noch ein passendes Kilo Kohle, alles unten verlinkt, Leute. Und dann habt ihr da ein sehr, sehr nice Set. Außerdem natürlich auch noch dabei, wenn wir gerade bei Kohle sind, ein Kohleanzünder. Ich habe euch zwei verschiedene verlinkt, einmal ein relativ günstiger, so eine ganz normale Herdplatte mit so einer Spirale, gerade noch einen Aluminiumwindschutz drum herum gebaut und dann geht das auch relativ fix. Dann habt ihr eure Kohle so in sieben Minuten an. Für die, die es noch schneller haben wollen, in vier bis fünf Minuten, da habe ich euch nochmal die Shisha-Turbine reingepackt. Gerade für mich zum Beispiel sehr, sehr praktisch. Wenn ich gerade auf die Idee komme, okay, ich will jetzt schnell ein Video drehen, dann ist so eine Turbine auf jeden Fall Gold wert. Dann habt ihr nochmal ein paar Minuten rausgeholt. Oder im Livestream, wenn ich gerade den zweiten Kopf machen will und dann natürlich nicht zehn Minuten auf meine Kohle warten möchte, dann ist so eine Turbine halt echt ultra wertvoll. Als nächstes kommen wir zu der Kategorie Untersetzer, Leute. Verschiedene Arten gibt es. Es gibt welche, die einfach nur zum Schutz vom Tisch und zum Verkratzen der Bowl da sind. Ja, eine kleine Platte zum Beispiel, wenn man ein Auto raucht oder so. Oder wenn man einen Glastisch hat oder so. Man will ein bisschen vorsichtig sein, ein kleiner Filzuntersetzer oder sowas drunter gepackt und dann kann da nichts passieren. Außerdem gibt es natürlich noch die, die eine kleine Aussparung für einen LED-Untersetzer haben oder komplett ein LED-Untersetzer sind. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr nice. Könnt ihr nochmal so einen kleinen Ticken Optik bei einer Pfeife rausholen. Und wo wir gerade bei der Optik sind, Leute, das nächste auf der Liste sind Lebensmittelfarben. Gerade wenn man irgendwie mal eine schöne Insta-Story oder noch einen Insta-Post machen möchte. Ja, so ein blauer Kopf, vielleicht noch eine blaue Rauchsäule. Die ist jetzt zwar weiß, aber stellt euch vor, die wäre blau. Dann eine Clear Bowl und noch so ein bisschen blaue Lebensmittelfarbe rein. Das sieht einfach sehr, sehr nice aus. Also wenn ihr eure Freunde mal mit einer besonders schönen Pfeife beeindrucken möchtet, dann einfach ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe unten mit in die Bowl und dann sieht das Ganze noch deutlich geiler aus. Als nächstes auf der Liste steht die Kategorie Köpfe. Leute, meiner Meinung nach reichen vier gute Köpfe aus, um fast alles an Tabak rauchen zu können. Und auch in einem gewünschten Setup. Mal stärker, mal auf Abstand, mal auf Kontakt, mal sparsamer und mal mit ein bisschen mehr Tabak drin, sodass man auch länger rauchen kann. Ich habe hier jetzt mal eine kleine spontane Auswahl rausgesucht. Das wäre zum Beispiel der 80 Feet. Sehr, sehr gut, wenn man mit Alufolie rauchen möchte. Der Oblaco M. Sehr geil, wenn man etwas länger mit einer Smokebox rauchen möchte. Dann der ATH Traverten, der ein relativ tabaksparendes Depot hat und somit mit HMD doch recht sparsam funktioniert, obwohl ein HMD wie gesagt drauf passt. Und als letztes hier gerade noch der Solaris, der einfach ein sehr, sehr geiler Meerlochkopf ist. Oder halt zum Beispiel auch der Oblaco Killer, den ich gerade hier benutze, auch ein Meerlochkopf. Aber Leute, die Besonderheit an diesen beiden Meerlochköpfen ist im Gegensatz zum KS Apo, man kann sie mit einer Smokebox rauchen, was für mich viel, viel nicer ist. Wenn ihr gerne mit einem Kamin raucht, dann kann ich euch auf jeden Fall noch den KS Apo ans Herz legen. Ich bin mittlerweile komplett weg vom Kamin. Ich könnte euch gar nicht mehr sagen, wann ich das letzte Mal Kamin geraucht habe. Deswegen wäre das eben meine Auswahl. Den mit Alufolie oder mit Apple on Top und die eben mit einer Smokebox obendrauf. Meine Empfehlung, was Smokebox angeht, wäre auf jeden Fall der, den ich auch gerade benutze, beziehungsweise das HMD oder die Smokebox, die ich gerade benutze. Der K-Laut Lotus 1 Plus Nieres. Den gibt es manchmal für kurze Zeit auf Amazon. Schaut einfach mal unten in den Link, ob es ihn auch gerade jetzt gibt. Ansonsten, Leute, einfach mal durchgoogeln. Ich weiß leider auch nicht immer genau, welcher Shop gerade was da hat. Deswegen meine Empfehlung, einfach mal auf Google gehen, kaufen, K-Laut Lotus 1 Plus und Google Anfrage abschicken. Und dann werdet ihr schon sehen, ob es den noch irgendwo gibt und ob er noch wo auf Lager ist. Ja und passend zu den Köpfen habe ich euch unten auch noch ein paar Aufsätze verlinkt. Das wäre einmal eine Smokebox, ein normales Sieb, das man jetzt nehmen könnte, wenn man sagt, okay, ich möchte das mit Alufolie und dann mit einem Sieb. Also mit Sieb meine ich das Kamin-Sieb, ja, also von einem normalen Kamin-Aufsatz-Set nur das Sieb. Ich kann euch das, ja, also ihr habt hier so ein Kamin-Set und ich meine dann eben nur dieses Sieb. Den Kamin brauche ich nicht. Ich mache dann hier einfach Alufolie drum, ein paar Löcher rein und dann das Sieb drauf und dann legt man eben hier die Kohle drauf. Deswegen habe ich euch auch nochmal so ein Sieb unten verlinkt. Ansonsten könnte man zum Beispiel auch noch den Apple on Top nehmen. Der hat eben auch hier so ein Sieb, wo man dann einfach Alufolie, am besten Panzer-Alu auch unten verlinkt, Panzer-Alu eine Lage hier drum macht, dann den Apple on Top drauf und dann hier zwei Kohlen rein und den Deckel drauf oder man nimmt direkt drei Kohlen. Was meiner Meinung nach auch noch sehr, sehr nice zum Kopfbau ist, sind eine Kopfbaugabel und ein Kopfbaulochstecher. Ihr könnt auch eine ganz normale Gabel nehmen, ja, ihr müsst jetzt nicht hier so eine fancy Werkbundgabel oder sowas nehmen, aber Leute, ein Lochstecher ist sehr, sehr nice. Ihr könnt natürlich auch das Ende von irgendeiner Kohlezange nehmen, ja, die haben da ja manchmal so ein kleines Ding dran hängen. Das könnt ihr nehmen, Leute, aber hier diese Werkbunddinger sind dadurch, dass sie unten immer breiter werden und je nachdem, wie tief ihr das Ding durch die Alufolie stecht, könnt ihr die Größe eures Lochs beeinflussen. Deswegen sind die für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Im Gegensatz zu der Gabel, Leute, da könnt ihr auch eine ganz normale Kuchen- oder Essgabel nehmen, gar kein Problem. Was bei Mehrlochköpfen auch noch sehr, sehr nice sein kann, ist, wenn man sich so ein kleines Einlegesieb hier für den Kopf holt, habe ich euch natürlich auch unten verlinkt, um einfach zu verhindern, dass euch Tabak unten die Löcher verstopft. Dann wäre sofort euer Durchzug komplett RIP und jeder kennt das, man baut einen kleinen Kopf, es schmeckt eigentlich nice, es raucht eigentlich geil, aber man muss ziehen wie ein Wahnsinniger, weil wieder irgendein dickes Tabakblatt gerade über zwei, drei Löchern liegt. Auch noch beim Kopfbau Sizzadeis ist das, was schon die ganze Zeit hier vor mir liegt, das ist meine neue Kopfbauunterlage, wir haben ein Kopfbaubrettchen, viele Leute nehmen die von Werkbund aus Holz, ich habe auch eins. Das Problem, das ich damit habe, ist, Holz sieht irgendwann nicht mehr so nice aus, wenn da die ganze Zeit Molasse draufkommt. Klar, man kann es immer direkt abwaschen und man kann das auch immer noch ein bisschen mit Legierung oder sowas bestreichen, sodass das dann auch nach ein paar Wochen noch gut aussieht. Ich habe mich dazu entschieden, ich nehme einfach so eine Glasplatte, die sieht auch sehr, sehr nice aus, die kostet einen Bruchteil. Die, die ich hier habe, ist eine Glasplatte mit so einer Schieferoptik, die kostet glaube ich 8 Euro auf Amazon. Klar, das könnt ihr immer easy abwaschen, da setzt sich nie irgendwie Molasse fest oder sowas, kriegt die immer wieder richtig schön sauber, im Gegensatz zu diesen Holzbrettern, die einfach doch ein bisschen mehr Pflege brauchen. Und als letztes auf der Liste auch noch ein Klassiker, von dem man auch nie genug daheim haben kann. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich irgendein komisches Universumsgesetz, dass Kopfdichtungen auf magische Art und Weise verschwinden. Ich habe glaube ich 3000 daheim, aber jeder kennt das, man macht sich einen Kopf an und dann sucht man doch wieder. Ich habe euch auf jeden Fall nochmal Kopfdichtungen unten in der Beschreibung verlinkt. Ja Leute, und das war meine Liste an Zubehör, was man auf jeden Fall daheim haben sollte. Klar, ein paar Sachen waren auf jeden Fall optional, aber gerade so Sachen wie einen Kohlekorb oder eine geile Zange. Nicht so eine Billig-Kiosk-Zange oder sowas, sondern wirklich was Gescheites, womit ihr eure Kohle gut handeln könnt. Oder ein Set an gescheiten Köpfen und Panzer-Alu. Also da sind einfach ein paar Sachen dabei, die machen euch das Shisha-Leben viel, viel leichter und viel, viel angenehmer. Deswegen auf jeden Fall dieses Video mit meinen Empfehlungen. Wenn es euch gefallen hat, sehr, sehr gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Schreibt mir noch in die Kommentare, falls ich was vergessen habe. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG. Bis dahin, macht es gut, geht 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 es gut.